Hallo! Oh Mann ey. Ja, äh, fette Head am Start. Und die anderen zwei Lappen wieder bei World of Things hier. Wie heißt der nochmal? Daniel! Und? Wer bist du? Und? Ich kenn dich nicht. Der geht jetzt bestimmt wieder raus. Nein, natürlich kennt ihr den. Das sehe ich an. Ähm. Ja, ja, ja. Wir spielen wieder World of Things. Und? Ja gut, dann wählen wir. Ah ja, genau. Nehmen wir mal die passivende Panzer, den ich natürlich in der Garage habe. Ja, schon eine gute Luft. Ja. Ja. Ey, Jani, sollte ich für dich nicht irgendwas kopieren? Nein. Ich mache mal ein Bier auf. Hahahaha Bring carbon Nee, responsibly ist ja der Spruch So, wo sind wir denn? Ach, wir spawning genau in der Mitte Der merkt, das ist ja beschissen Äh, ja, wohin geh ich denn dann? Ich geh zum Beispiel Wohin gehst du? Was haben wir denn? Angriff Zum Weh Aber da kommen doch vorerst die Panzer durch Die Panzer? Jaja Das machen die Kumpels schon Machen wir einfach Soll ich die Leute wie der Eddy oder wer? Hallo Wie funktioniert der Panzer nochmal? Der muss noch was kopieren Koppieren Hahahaha Ahhhh Ah, thank god Okay Ja Warum fährst du nochmal schneller als ich? Hahahaha 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 Der hat zum Der hat zum Angriff geblasen Hahahaha 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 Scheiße Warum ist? Der gerammt das Standard Standard Okiii Gehen wir es mal mit aufklären Bo, was ist das für eine AT7? AT7 Das ist AT7? Was ist das AT7? 8 ist die Nacht der 8 oder? Ja 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 Da vorne ist ein Tiger 2 So genau ist der jetzt nicht mehr auf Ey ich bin entdeckt Und ein Jagdsieger Wollt ihr die vielleicht mal kaputt machen? Ey Weigl Ich dachte wir sind hier hinten sicher Habe ich nicht gedacht Hahahaha 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 Toll Hey mein Munitionslager ist immer das Erste was kaputt geht Da ist er So Hier sehen sie einen Tiger der von Wildern gejagt gewirrt Gejagt gewirrt Gejagt gewirrt Sein größter Feindler ist das rote Feuerwehrauto Hahahaha 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 Ja gut Das war wohl jetzt weniger erfolgreich Hahahaha Wie eigentlich immer Hahahaha Hahahaha Na, wie soll ich denn da durchkommen? Du bist ein Tiger, oder? Ne, das ist eine AT8, das ist ein Schildkröte, da komm ich nicht durch. Ich versuch die Basis noch zu schützen, wenn ich da hinkomme. Ja, Prost! Was macht der denn jetzt wieder? Hat er in den Spiegel geguckt? Oder steht er am Kopierer? Ja, egal. Wenn du jetzt sagst, der gerade ist. Keine Ausdrücke. Oh nein. Ich hab gedacht, der bläst wieder zum Angriff. Ah, verdammt. Ich glaub, bei dir hat sich's jetzt ausgeblasen, oder? Ah ja, fast. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Wie ist das? Wie ist das denn? Ja, da hat er ich das? Es ist sowieso angehört. Kennst du den Specter Gadget? Egal. Wer kennt ihr nicht? Ähm, jüngere Leute, die mit Spongebob und Dora aufgewachsen sind. Oh mein Gott. Das sind keine Leute, das sind Zustände. Ah, tut mir leid, dass ich euch jetzt alle beleidigt hab. Ja, du hast gerade ungefähr 80% aller YouTube Leute gekriegt. Oh, genau. Ja gut, das war... So, ähm, ja, dieses weniger erfolgreiche Match, können wir denn wohl beenden? Ich hab Angst. Ich habe Angst, diesen Link zu öffnen. Was zum Teufel macht ihr da? Oder was macht der da? Ich hab Angst, das Video zu öffnen. Ich schick dir schon nix, wo irgendwelche zerstückelten Menschen drin vorkommen. Das hoffe ich dir mal. Keine Sorge. Ähm, ja, Stufe 6, ihr seid echt mal wieder zu freundlich. Ja, ich mach. Alter, das kannst du nen Remix machen. Ja, geil, ne? Klar, das hört man jetzt auch alles schön im Video. Tum, 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 tum. Alles klar. Ja, nur so... ...jut, jut. Was haben wir denn sonst noch? Was haben wir denn? 1... 11... Ja, 7er Lobby... 8er Lobby ist noch gar... 10er Lobby... Was? Was? Ey... Mach mich doch nicht so... 9 Stufe 6, 8er Lobby, klar... Ey, 11er Lobby... Aber das muss ja nicht immer gleich eintreten... Ich weiß auch nicht, ne? Was soll ich denn mit meinem M6 hier bitte anrichten? Die Hellcate kannst du schon beschädigen... Ich bin schon entdeckt mit dem Verhaugen... Ich bin schon entdeckt, verdammt... Was? Wieso wurde die alle entdeckt? Ich verstecke mich hinterm Jagdbanter... Jetzt wurde ich auch entdeckt... Ich bin schon entdeckt... Ich bin schon entdeckt... Ich bin schon entdeckt... Da... Ist nur eine Stufe weiter als ich... Aber der Panzer ist doppelt zu groß nicht... Oh oh... Oh nein... Nein, nein... VK 30... Aaaaaaah... Ok... Ist schon weg... Hat sich erledigt... Au... Ich bin... Habt ihr nichts zu erzählen? Ne... Eigentlich nicht... Ich hab gerade meine... Lautstecker anmaßen... Weil die... Komischerweise... Nichts... Was einem dieser Zustände... Oh Digger... Was machst du denn da? Aber... Alter... Aber das ist da dann... Das ist ja mehr Rohr als Panzer... Ähm... Ja... Nein... Fick... Dich... So, ne? Ja... Aaaaaaah... Aaaaaaah... Alter... Ah... Ich komm hier nicht durch... Nein... Äh... Klapp nicht... Vielleicht komm ich ja... Irgendwann mal durch... Oh mein Gott... Ja... BAM... Oh genau... Ich treffe die auch nicht... Oh... Voll in die Höhe geschossen... Neuuuun... Na toll... Jetzt hat er mir die Kette zerschossen... Das finde ich uncool... Hey Gott... Fick... Dich... Fangen wir da irgendwie außen rum fahren... Ach du Scheiße... Ach du Scheiße... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Was ist das? Verdammt... Wie geil... Boah... Warum so rum zu schreien... Tut mir leid... Aber hier ist gerade... Was ist das Alter... Ne T28... Ähm... Ja... Und dieses Ding ist ungefähr... Äh... Vier mal so stark wie ich... Klar... Arsch... Gut... Ja... Ein Panzer zerstört... Stukidukiduk... Können wir dieses Match wohl auch abhaken? Ja... Sehr schön... Geht ja heute schnell, dass wir verlieren... So wie wärs jetzt mal mit ner Lobby, die ich auch spielen kann... Oh... 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 Okay... Es tut mir leid... Ja... Das war ja wieder klar... Ich hab keinen Panzer mehr, der dazu passen würde... Ich auch nicht... Ja... Warte mal... Muss ich mir grad lachen... Aude am Sack ey... Was willst du denn aus dem Maul? Jetzt ist es noch Weihnachten... Ho 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 ho... Alter was bist du... Soll ich dich an heute klinge oder was? Ja... Ja... Natürlich... Ich bin ein idealer Weihnachtsmann... Ja eben... Geh weiter... Und ist klar... Erlenberg... Erlenberg... Ah geil... Es gibt Artillerien, die wir zerstören können... Und wir sind in einer 5er Lobby... Wuhu... Und wir haben nur eine Artie... Und die zwei... Yay... Das gefällt mir... Wieso... Wieso spawn ich ganz vorne... Wollen wir... Wollen wir mich verarschen? Ja wo ist er denn? Ja wo ist er denn? Ah... Still hinter... Ich werde jetzt als erstes sterben... Diesmal werde ich da als erstes sterben... Ich? Ich werde alle überleben... Alter... Ich mache jetzt 5 Kills... Wenn du es schaffst... Krieg's von mir in 10er... Bin dabei... Ja... Gut... Oh der wird da... Ja... Wie komm ich denn zugestellt? Verpost... Oh oh oh... Halleluja... Leute... Ich hab ein bisschen aufgeklärt... Ja... Ein bisschen ist gut... Kann noch rein... Sie kann jeden Moment reißen! Erwischt! Gegner entdeckt! Alter, ist die an! Schneller! 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 Beklär doch mal den Rotzischen da oben auf! Ey, der M4 vor mir, den kannst du ja auch! Was ist los mit deinen 5 Panzern? Alter, wieso rotzen die denn so rein? Was ist denn ein Biermann? Da hab' ne Haubi! Ach du Scheiße! Wann bin ich neu? Wann bin ich neu? Oh, da sieht man die Lebensanzeige gelimmert. Oh nein, nein! Ey, weil die auch beim ersten Schuss meine Ketten zerlegen, ne? Nein, das ist immer das gleiche! Naja, immerhin hab' ich den... Was waren das? Ähm... Ähm... Egal, irgendwas hab' ich ausgeschaltet. Hallelule, ey Leute! Ich hab' hier, glaub' ich, alle Panzer aufgeklärt, ne? Ja, ziemlich. AT2, die krieg' ich auf keinen Fall! Ja, doch, doch! Du musst einfach nur hinter die kommen! Ja, äh... Bis ich da bin, haben die mich kaputt gehauen! Ja, dann fang doch vorne an! Genau! Mach doch die AT hier auf der linken Seite! Hast du mal gesehen, wo ich hänge? Ja, ich seh's ziemlich genau! Ja, merk's was? Ja, da muss man ein bisschen schneller fahren! Komm, eine Sekunde noch! Wann denn los? Was eigentlich, wenn ich fünf kille? Krieg' ich schon zehn Euro von dir? Äh, nein! Oh, verdammt, die AT2 kommt! Du Forts und so! Verdammte Scheiße! Machi, machi! Lenk sie ab! Machst du nicht mit einem Schuss! Machst du auch keine AT mit zwei Schuss! Machst du auch keine AT2 mit zwei Schuss! Ja, ich bin auf jeden Fall down! Nein! Scheiße! Aber Wegwinne, das Spiel ist ja auch schon mal was... Ja, herzlich willkommen Justin! Ja, mal höre ich trotzdem! Hallo Justin! Haha, Justin! Hi! Tschö! Haha, richtige Antwort! Oh, Mann! Da muss ich ja gleich mal einen Schluck Wasser trinken, ne? Ich hab für dich eine Freundin gefunden! Oh nein! Ich habe Angst! Haha, okay! Pass auf! Ich kann sogar singen! Ja, kann ich singen? Halleluja! Oh mein Gott! Haha, was? Wer ist das? Jan, schick mir auch mal das Bild! Das ist kein wildes Video! Ach so! Jetzt ist die eine mit dem Pferde... Gesang! Ne, ne, ne! Sorry! Pferde gesang! Ich hab Angst! Oh mein Bild ist gerade voll verhurt! Mal gucken, ob das hier auch so ist! Ja, hier sieht es genauso kacke aus! Ja, toll! Danke! Jetzt habe ich Albträume! Oh Mann, ey! Besser als die Beate! Besser als die Beate! Wer als Beate? Kennst du denn die Beate? Ne, ey! Ich will sie auch nicht kennen! Oh nein, ich will die nicht sehen! Lass mich! Ich will sie auch nicht kennenlernen! Aber ne, das ist sie ja nicht! Wäre lieber ein Panzerhaus! Also, äh...